Hallo und herzlich willkommen zu einem Video hier auf meinem Kanal. Ich teste, was man mit einem Tanschbecken das Boot benutzen kann. Und da habe ich hier schon mal eins gekauft. Ja, das müssen wir jetzt mal aufblasen. Noch so eine Luftmatratze. Jetzt war mit dem eigentlichen Video nichts zu tun, aber ich punkte jetzt trotzdem mal auf, weil ich habe sie gekauft und will sie rausprobieren. Soll ich jetzt filmen, wie das Ding aufpumpst oder was? Ja. So. Das gute Stück ist jetzt aufgeblasen. Ist leider viel kleiner als ich erwartet hatte. Hey, hier ist ja gar keine Luftpumpe in den Ball. Boah, es stinkt richtig. Hey, ich dachte die wäre orange. Warum ist die denn rot? Ich kann das Nasepotzen. So. So, das ist jetzt das Ganze. Ist leider auch nicht so groß wie erwartet. Und das Ding ist, hier sind nur diese Seitengummiewände mit Luft befüllt. Und das hier ist einfach nur eine labbrige Folie, wenn ich nicht eine Plane. Aber ich bin mal gespannt. So, das alleine schwimmt schon mal. Jetzt die Frage, ob das mit mir auch schwimmt. Loll, das geht. Krass, ein Pool im Pool. Aber es ist wie man merkt, wie hier einfach das Wasser direkt unter mir ist. Auch so über so einer dünnen Schicht. Man sieht hier auch manchmal einfach das Wasser drunter. Okay, das ist jetzt schlecht, in der Kamera einzufangen. Aber hier, dass es einfach dünn. Die Matratze hält. Und mich schon mal interessieren, was sie hält, wenn ich da rauf springe. Ich versuche gleich mal Wasserski zu fahren mit dieser Matratze. Jetzt zeige ich euch mal, wie man mit Wasserski fährt. Mal neu. Und los! Alles funktioniert einfach hier mit mir. Da, Scheiße. Alter, da ist so viel Druck auf die Beine. Ich würde sagen, wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Und ein Abo wäre nicht schlecht. Und ciao!